Es ist aber heute der richtige Moment, dass Uwe Henning den jetzt außen kann, die Beziehung zu seinen Instrumenten ein bisschen aufarbeiten. Er tut das sehr gefühlvoll. Henning, ich denke, du bist jetzt so weit, dass du die Message über ihn angeschrieben hast. Also gleich noch einen kleinen Motivationsapplaus für Henning. Es wird ihn nicht einfach. Es wird ihn nicht einfach. Vielen Dank. Oh 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 Oh